Die österreichische Wasserrettung ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Maßnahmen und Einrichtungen zu schaffen und zu fördern, die der Bekämpfung und der Vorbeugung des Ertrinkungstodes dienen. In Oberösterreich leisten mehr als 700 aktive Wasserretterinnen und Wasserretter ehrenamtlich Dienst in 23 Ortstellen. Im Bereich der Prävention setzen wir auf Aufklärung und Ausbildung. Unter dem Motto vom Nichtschwimmen zum Schwimmen, vom Schwimmen zum Rettungsschwimmen bittet die ÖWR Oberösterreich regelmäßig Anfängerinnen und Anfänger und fortgeschrittenen Schwimmkurse und Rettungsschwimmausbildungen an. Für Suchen Bergeeinsätze und für die Katastrophenhilfe stehen ausgebildete Schiffsführerinnen und Schiffsführer, Rettungstaucherinnen und Rettungstaucher und Wildwasserretterinnen und Wildwasserretter bereit. An vielen oberösterreichischen Seen ist die ÖWR Oberösterreich mit Bootsbesatzung vor Ort und überwacht an Wochenenden und Feiertagen den Badebetrieb und sorgt bei Sport- und Kulturveranstaltungen für Sicherheit. Untertitelung des ZDF, 2020